Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Forum Demokratie. In einer modernen Informationsgesellschaft bleibt nichts privat. Alles scheint oder ist öffentlich und was öffentlich ist, ist auch politisch. In diesem Sinne beschäftigen wir uns in diesem Jahr in unserem Forum Demokratie mit dem Politischen im Privaten. Den Anfang macht die Musik, genauer gesagt die Popmusik. Denn populäre Musik deckt als Genre eigentlich alles ab, was in irgendeiner Weise massentauglich, massenbewegend oder massenprägend ist. Welche Wechselwirkung besteht also zwischen Popmusik und den politischen Prozessen? Diese Frage möchte ich heute gerne mit meinen Gästen diskutieren. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Frau Junior-Professorin für Musik- und Kulturwissenschaft Beate Flath, zugeschaltet aus Paderborn. Herzlich willkommen bei uns. Ich begrüße sehr herzlich den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Die Linke, Jan Korte. Herzlich willkommen. Und auch an Sie herzlich willkommen, Jens Balzer, Publizist. Und ich begrüße, wie so oft bei uns, Prof. Manfred Görtemarker, Historiker von der Universität Potsdam, der uns in dieser Reihe Forum Demokratie begleitet. Herr Görtemarker, mit Ihnen fange ich gerne auch gleich an. Bevor wir uns über die Rolle der Musik in der Gegenwart beschäftigen, würde ich gerne Sie nach der historischen, eine historische Rückschau mit Ihnen wagen. Wann fing denn an, Musik politisch zu werden? Oder wann wurde Musik überhaupt politisch? Wann kann man das feststellen? Also Musik ist natürlich immer schon politisch gewesen, auch in der Zeit, in der Musik noch kein Massenprodukt war. Sagen wir mal im Zeitalter des Barock beispielsweise, wo das noch mehr oder weniger Fürstenmusik war, war Musik natürlich auch politisch. Einfach durch diese besondere Form, durch den Rahmen, in dem sich das damals abspielte. Natürlich, die Bauernmusik und dann im 19. Jahrhundert vor allem die Arbeitermusik sind natürlich Stationen gewesen, wo das dann eben stärker in die Masse hineingeht, wo das eben auch dazu beiträgt, dass man dann aufbegehrt gegen das Establishment, gegen die Fürstenherrschaft. Bei den Arbeiterliedern ist das in ganz besonderer Weise dann so, das ist eben ein wichtiger Teil der Arbeiterbewegung. Und im 20. Jahrhundert setzt sich das dann nahtlos fort nach dem Ersten Weltkrieg und das sehen wir auch heute. Wobei ich aber das nicht nur auf die Popmusik beziehen würde, sondern die klassische Musik ist natürlich auch in vieler Hinsicht politisch. Also wenn Sie beispielsweise Ludwig van Beethoven denken, der Schillers Ode an die Freude vertont hat, das ist natürlich eminent politische Musik gewesen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 1824 glaube ich, ist das so aufgeführt worden. Und das ist heute die Europa-Hymne. Das zeigt ja auch, wie politisch Musik eigentlich immer gewesen ist, auch die klassische Musik. Frau Flath, wir haben gerade gehört, dass Musik gewählt wurde, um politische Inhalte tatsächlich auch zu verbreiten. Aber warum wurde denn die Musik gewählt, um politische Inhalte zu verbreiten? Das hat sicher von Fall zu Fall ganz unterschiedliche Gründe. Aber ein Grund ist ganz bestimmt, dass Musik Gemeinschaft erzeugt, dass Musik oder durch Musik Inhalte emotional auch aufgeladen werden können. Besonders schön finde ich, sieht man das, wenn Sie sich vorstellen, ein Festivalpublikum, welche Gemeinschaft erzeugt wird, wie das emotional auflädt, wie aus Menschen, die Sie zuvor nicht kannten, eine Gruppe wird. Und darin liegt natürlich eine ganz, ganz große Kraft, auch Musik politisch zu nutzen und auch politisch Musik zu missbrauchen. Herr Korte, Musik führt und hält Bewegungen zusammen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man schon sagen. Also, wenn ich daran denke, die Lieder der Arbeiterbewegung, und ich bin nun Mitglied in einer Partei, die sich ja in der Tradition der Arbeiterbewegung sieht, dann hat mich das auch persönlich natürlich geprägt. Also überhaupt die Rockmusik damals. Ich bin groß geworden mit Rockpalastnächten, also da war ich noch sehr klein, und mein Vater und seine Genossen haben also im Keller gesessen, Rockpalast geguckt. Und das war natürlich schon eine, sozusagen der Soundtrack auch zur Revolte, zum Linkssein, zum Aufbegehren. Das habe ich mitbekommen. Oder denken Sie, ich glaube, 1989 war das das große Mandela Eid im Wembley-Stadion. Das habe ich schon mitbekommen. Und das hat dann natürlich das, was gerade angesprochen worden ist, Zusammengehörigkeit geschaffen. Und natürlich auch ein Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte und des Kampfes zu stehen. Und das ist natürlich gerade, wenn man die linke Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen sieht, natürlich da schon eine wirklich ganz substanzielle Frage, die Musik, die Kultur der Linken und der Arbeiterbewegung. Wie oft singen Sie denn eigentlich noch die Internationale? Und welche Funktion hat dieses Lied auch? Also ich singe sie manchmal wirklich im Auto, wenn ich so durch Brandenburg fahre, dann höre ich diese berühmte CD, die viele noch kennen, Hannes Wader singt Arbeiterlieder. Also nach wie vor sehr gut, wenn man gut draufkommen will. Und wir singen das ansonsten natürlich immer am Ende unseres Parteitages. Wir haben ja im Februar eine Online-Partei. Ich weiß gar nicht, da singt da jeder in seinem Wohnzimmer die Internationale. Aber das ist auch bei Parteitagen, die manchmal nicht so schön bei uns sind, ist das zum Schluss natürlich, finde ich, immer mit die beste Sache, alle zusammen die Internationale zu singen. Weil da sind wir uns dann mal einig. Wie wichtig ist das denn für das Gemeinschaftsgefühl oder für die Sache an sich? Ach, ich finde, das hat auch was mit Selbstvergewisserung zu tun. Also bei all den Unsicherheiten, die es so gibt, gerade auch bei den ganzen Niederlagen, die wir als Linke, damit meine ich jetzt gar nicht nur die Linke als Partei, sondern die gesellschaftliche Linke, da kann man ja nicht sagen, dass das gerade überall gut läuft. Und wenn man dann auch mal zurückblickt auf diese Musik, die auch die alten Lieder noch mal zu hören, dann gibt das schon wieder so ein bisschen Kraft. Das klingt ein bisschen bizarr für Leute, die da nicht so drin sind. Aber das ist schon und das ist auch notwendig. Denn ich glaube, auch für eine Linke oder für Fortschrittliche, auch für Liberale, ist ja schon eine bestimmte Tradition und der Selbstvergewisserung, wo man eigentlich herkommt, das ist gerade in diesen Zeiten, glaube ich, eigentlich wichtiger denn je, um wieder einen klaren Blick und Orientierung zu kriegen. Wo man herkommt, aber politische Bewegungen werden ja auch ganz oft oder sind ganz oft von Musik durchaus auch geprägt. Kann man sagen, dass also zur Entstehung und Verstetigung von politischen Bewegungen Musik durchaus auch wirklich prägend war? Wenn wir zum Beispiel an Woodstock oder ähnliches denken. Ja, Woodstock ist immer das klassische Beispiel, was da angeführt wird. Ja, zur Verstetigung. Also ich glaube, man würde sich irren, wenn man sagen würde, dass Musik politische Haltungen erzeugt oder dass man mit politischen Inhalten von Liedern Meinungen erzeugen würde oder Menschen zur Änderung einer Sichtweise bewegt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass, was Herr Korte gesagt hat, dass es Musik wirklich ganz wesentlich dazu beitragen kann, so etwas wie Gemeinschaftsgefühle zu stiften, Empowerment, wie man heute sagt. Und vor allem auch, darum ist das Beispiel Woodstock so abgegriffen, das scheint eigentlich ganz gut, so klassischer Fall, die Menschen, die sich in ihrem Leben vereinzelt, isoliert, nicht aufgehoben fühlen, dann plötzlich merken, wir sind ja doch ganz viele, die gleichermaßen nicht einverstanden sind mit der Gesellschaft. Also ich glaube, dass auch dieses große AHA-Erlebnis in Woodstock, also wie Janis Joplin dann von der Bühne herunter sagt, boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele sind. Und da kam man natürlich so aus dem, also schon am Ende dieses bürgerrechtsbewegten Jahrzehnts, der 60er Jahre, wo man ja eh schon das Gefühl hatte, es geht eigentlich jetzt doch so zu Ende mit dem Summerauflauf und der Hippie-Utopie. Das war wirklich ja nochmal ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl. Und natürlich hat aber auch zu diesem Mythos von Woodstock ja beigetragen, also der Film, der im Jahr drauf 1970 erschienen ist, wo man ja diese wahnsinnigen Hubschrauberaufnahmen von den Massen hatte. Im Grunde ist es erst, also der Woodstock war ja ein totales Chaos-Festival. Also viele, die da waren, haben ja nicht mal einen Blick auf die Bühne bekommen, weil das so schlecht organisiert war. Aber hinterher sah man dann, dass wirklich wie viele Hunderttausende von Menschen da irgendwie vereint sind irgendwie aus diesen Hubschrauberaufnahmen. Das war wirklich quasi so der Beginn auch des Mythos, dass Pop und Politik irgendwie in einem emanzipatorischen Sinne was miteinander zu tun haben. Frau Flath, das heißt, es gibt so eine Art, so einen Sound auch für jede Bewegung? Oder wie kann man das sagen? Das ist natürlich eine schöne Formulierung. Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die sich einer bestimmten Bewegung zugehörig fühlen, tatsächlich auch einen kollektiven Sound für sich beanspruchen, nennen wir es mal so. Und auf der individuellen Ebene ja genauso. Also wenn man das in Zusammenhang bringt, auch mit dem Prozess der Sozialisation, also dem Prozess, wo junge Menschen dann in die Gesellschaft reinwachsen, die ja auch mit einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Popkultur, Mode, Sport, Film und so weiter. Das prägt natürlich und das nimmt man dann natürlich mit. Und das ist vielleicht dann auch, um darauf zurückzukommen, ein Sound einer Bewegung. Herr Götter-Marker, wir stehen ja jetzt 2021 sozusagen in nochmals goldenen Zwanzigern. Wenn wir da mal 100 Jahre zurückgehen in die tatsächlich goldenen Zwanziger, wie wir das Anfang des letzten Jahrhunderts ja immer bezeichnet haben. Da war Deutschland ja in den Jahren zwischen der einen und der nächsten Katastrophe. Und Kultur und Musik hat in dieser Zeit eine besonders große Rolle gespielt. Wie wichtig war denn dieses Amüsement und die Musik und die Kultur in dieser Zeit? Ja, ich stimme zunächst einmal zu, dass Musik natürlich keine politischen Bewegungen hervorbringen kann. Aber umgekehrt ist Musik natürlich immer ein Ausdruck des Zeitgeistes. Und wir haben in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren, den klassischen Fall, dass es eine Aufbruchsgesellschaft gibt, aber eben auch mit allen Polarisierungen der politischen Verhältnisse und der Kampf um die Demokratie, der Kampf zwischen links und rechts hat natürlich diese Zeit sehr geprägt. Zugleich war es nach dem Kaiserreich ein Aufbruch in eine neue Welt, eine Öffnung dieser Gesellschaft auch für die Musik. Und insofern haben wir natürlich eine eminent politische Musik, wenn wir etwa an die Texte von Kurt Tucholsky denken und die Vertonung dann von Hans Eisler oder wenn wir an Weil denken und Berthold Brecht. Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Phase, wo Musik eben politisch wird und auch das Politische zum Ausdruck bringt. Und das war in den 20er Jahren sehr deutlich. Und auf der anderen Seite sehen wir dann schon im Aufkommen des Nationalsozialismus mit dem Vorwurf, das sei entartete Musik, natürlich das Gegenbeispiel. Das heißt also, hier sehen wir, wie Musik als Ausdruck des Zeitgeistes dazwischen die Fronten gerät gewissermaßen, nicht zerrieben wird, aber eben ein wichtiger Ausdruck dieses Zeitgeistes tatsächlich ist. Herr Walter, war die Musik in diesen 20er Jahren dann auch ein Stück weit eine Flucht aus vielleicht Armut, aus den Verhältnissen, in denen ja viele auch gelebt haben? Ja, es war eine Flucht aus der Armut, aber es war auch eine Flucht wiederum aus vorgefertigten Identitäten. Also im Grunde kann man, wenn man sich die 20er Jahre anschaut, sieht man da zum ersten Mal das, was wir heute Safe Spaces nennen. Also gerade in Berlin hat es ja eben doch viele Möglichkeiten gegeben, gerade auch für schwule und lesbische Künstler und Künstlerinnen, da über die Musik ein Publikum und auch Gemeinschaften zu finden. Es hat sogar irgendwie dann transatlantische Bewegungen gegeben, dass also queere Blues- und Jazzmusiker und Musikerinnen aus den USA nach Berlin gegangen sind wegen des freiheitlichen Rufes der Stadt in dieser Zeit. Das ist natürlich alles, wie wir wissen, ganz furchtbar zu Ende gegangen. Aber da gibt es dann tatsächlich so etwas wie auch so eine Art kollektives Empowerment und auch dann Menschen, die Gruppen finden, die sie aus ihrer Vereinzelung und Organisation herausholen und dann natürlich daraus auch dann irgendwie sehr, sehr, sehr kreative Impulse setzen. Herr Korte, die Weimarer Zeit, die 20er Jahre, waren ja auch die Zeit der gesellschaftlichen und politischen Spaltung. Was für eine Rolle hat Ihrer Meinung da Musik gespielt? Und es war ja zum Beispiel auch die Zeit, in der Ernst Busch auf dem Plan trat. Na ja, ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich teile da die Einschätzung meiner Vorredner, dass natürlich die Musik gerade in solchen Epochenbrüchen natürlich Bewegung nicht hervorbringt, sondern die Begleitmusik dazu ist. Und das ist natürlich künstlerisch eine spannende Zeit gewesen. Also Sie haben gerade Ernst Busch ja genannt, zum Beispiel. Und das war eben der Soundtrack der Arbeiterbewegung, der kommunistischen, aber natürlich auch der sozialdemokratischen. Und Herr Gürtemark hat es ja gerade nochmal angesprochen, was sozusagen dann die reaktionäre faschistische Gegenbewegung dagegen gewesen ist. Also mit all den Verfolgungen, die es dann ja auch gegeben hat von den Künstlern, auch schon in der Weimarer Republik, der Hass des oberen Bürgertums auf diese Art von Arbeiterkultur, von Liedersingen, die Verachtung, die Gewalttätigkeit dagegen. Und deswegen war das natürlich schon einfach der fortschrittliche Sound auf der Seite und der dann ja 1933 brutals beendet worden ist mit Ansage. Schauen wir doch mal auf die Nazi-Zeit. Herr Professor Gürtemarker, nach dieser freien Zeit der 20er folgte also dann die Zeit der totalen Kontrolle, gerade auch was Musik betrifft. Inwiefern haben die Nazis denn auch Musik für sich instrumentalisiert? Also zunächst mal eine totale Kontrolle gibt es natürlich nicht. Vor allem nicht über die, die emigrieren. Arnold Schönberg ist ein gutes Beispiel dafür, der ja dann eben auch durch Thomas Mann gewissermaßen im Dr. Faustus verewigt wird. Der ein Beispiel dafür ist, wie also neue, revolutionäre Musik, also revolutionär auch im Sinne einer völlig neuen Musik, dann es in Deutschland eben nicht mal ausgehalten haben, emigriert sind. Das ist die eine Möglichkeit. Paul Hindemith ist ein anderes Beispiel dafür. Der war eben natürlich auch gegen dieses System, aber er ist sozusagen in die innere Emigration gegangen. Die Nazis selber haben natürlich die Musik wiederum benutzt, um tatsächlich für ihre Massenveranstaltungen, die Nürnberger Parteitage, aber eben auch in jedem kleinen Ort praktisch durch ihre Aufmärsche mit Marschmusik, mit Heimatmusik und so weiter ein Gefühl von Identität zu erzeugen und gleichzeitig durch die Verdammung dessen, was sie als entartete Musik oder in anderen Bereichen als entartete Kunst bezeichneten, dann das Fremde auszuschließen. Das heißt, sie haben auch versucht, Identität zu stiften und hier spielt Musik eine zentrale Rolle, Identität zu stiften in ihrem Sinne, in ihrem arischen Sinne, mit all den Folgen, die das hatte. Und das hat natürlich politisch dann auch zur Folge gehabt, dass die Deutschen dann in vieler Hinsicht eben auch provinziell geworden sind. Denn das, was hier passierte, war natürlich ein Rückfall in eine Zeit, die in den 20er Jahren eigentlich schon überwunden schien. Und dann ist es mit den Experimenten vorbei, dann wird es gleichgeschaltet. Man hat nicht alles unter Kontrolle, aber doch sehr vieles. Und dann kommt das dabei heraus, was wir sozusagen als intellektuelle Katastrophe auch in der Musik erleben. Herr Korte, ich mache mal den Sprung in die Nachkriegszeit, die ja dadurch auch geprägt war, dass wir zwei unterschiedlich gesellschaftliche konkurrierende Systeme hatten. Inwiefern hat sich das denn auch in der Musik und in der Popkultur manifestiert, Ost und West? Na ja, eins ist ja glaube ich schon mal ganz interessant, wenn man da anknüpft an den NS-Faschismus. Es waren ja schon natürlich auch die Kulturfunktionäre des Nationalsozialismus, waren danach auch die Kulturfunktionäre in der Bundesrepublik. Das heißt, wir hatten ja Kontinuitäten, das waren ja nicht nur die Eliten, also so Nazis wie Globket, was jeder kennt, sondern das war ja strukturell. Und die haben natürlich erheblich, wenn man sich allein den Rundfunk und sowas anguckt, erheblichen Einfluss gehabt und hatten natürlich kein Interesse an Aufbrüchen, die Verkrustungen, also diese grässliche Adenauer-Zeit, das muss ja fürchterlich gewesen sein, kulturell. Und das begann dann natürlich wirklich, glaube ich, und das war dann nicht nur ein Soundtrack, sondern da hatte ja in der Tat Musik und die Kultur, die sie verkörpert hat, hatte ja soziale Sprengkraft. Das war nicht nur noch Sound, sondern das hatte Sprengkraft, das hatte real revolutionäres Potenzial. Also ich finde, das kann man daran gut erkennen, wozu Musik dann auch führen kann. Weil wenn man sich die Berichte, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gelesen, ich war die Adenauer-Zeit vor der Sendung, das kann man sich ja heute ja nicht mehr vorstellen, was für kulturell wie klein, eng und miefig und überall rannten noch die alten Nazis rum, die damals die Jazzmusiker malträtiert hatten, die saßen dann da immer noch überall rum. So, das muss man sich ja noch mal vergegenwärtigen. Und das finde ich interessant, dass es da dann den Sprung gegeben hat von einem Soundtrack, wenn man so will, der Bewegung, wo auf einmal dann Musik, vor allem dann natürlich auch die Rockmusik, richtige Sprengkraft hatte. Also es war sozusagen der Treibstoff, wenn man so will, für das, was dann glücklicherweise mit 68 Folgen auch kam. Was dann später kam. Herr Görtemacher, Sie haben sich gleich gemeldet. Inwiefern hat denn Heile-Welt-Musik zu der Zeit auch noch mal ein Stück weit eine Rolle gespielt? Also ich will dem nicht widersprechen. Ich möchte es aber ergänzen. Wir haben natürlich auf der einen Seite haben wir sozusagen die Rauschenden Birken und das alte Försterhaus und den Heimatfilm. Das ist völlig richtig. Oder die Badehose, wir sehen im Hintergrund nämlich gerade von der Erfung. Das ist eben auch die Adenauerzeit. Aber wir haben natürlich schon auch etwas anderes. Und die Alliierten beispielsweise haben nach 1945 so etwas wie Edutainment versucht, wie man das damals genannt hat. Also neben der Re-Education, der Umerziehung tatsächlich auch eine Umerziehung in diesem Musikbereich zu machen. Und Sie haben den Jazz zum Beispiel systematisch gefördert. Sie haben beim NWDR, den es heute ja nicht mehr gibt, also damals WDR und NDR zusammen, haben Sie eine Jazzband gegründet extra, weil Sie das eben tatsächlich für eine Möglichkeit hielten, Einfluss zu nehmen auf die jungen Menschen in Deutschland und damit so etwas wie eine Demokratisierung auch herbeizuführen. Also Re-Education zu ergänzen durch Re-Education, ein ganz interessanter Ansatz. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass sich das doch weitgehend aufspaltet. Wir haben auf der einen Seite das, was Herr Korte gerade gesagt hat. Wir haben auf der anderen Seite aber durchaus auch neue Ansätze, die auch schon erkennbar sind. Die kommen nicht so sehr aus Deutschland selber, sondern aus dem Ausland nach Deutschland hinein. Und hier ist auch durchaus Neugier vorhanden für dieses Neue. Ja, das war natürlich auch aber ganz wichtig, ab Mitte, Ende der 50er Jahre, jedenfalls in Westdeutschland, irgendwie eine Musik zu hören, die erstmal amerikanisch war, weil das Amerikanische war ja gewissermaßen der Bruch mit der Nazi-Vergangenheit. Also man wollte ja alles irgendwie aber nicht deutsch sein und keine deutsche Musik hören. Und dann natürlich war gerade so die erste halbstarken Musik, also die Ankunft der Rockmusik in der jungen Bundesrepublik, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sich eine Generation abkoppelte von so einer bildungsbürgerlichen Tradition, die natürlich einerseits belastet war, aber zum anderen auch eben jetzt auch ganz ohne diese Belastung von Institutionen irgendwie gelehrt wurde, weitergegeben wurde, an denen vorbei man leben wollte. Und Rockmusik war das, was man sich selber eroberte und womit man auch irgendwie ganz offensiv, also das ist ja nicht erst in den 60ern passiert, schon in den 50ern gegen staatliche Autoritäten und gegen pädagogische Autoritäten ein Zeichen setzen konnte. Wir brauchen euch nicht, wir haben unsere eigene Kultur und diese, das ist natürlich dann irgendwie sehr wichtig geworden, dieser Distinktionsgedanke, also auch da eine Form von Gemeinschaftsbildung, also wir haben hier eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht mitmachen wollen und es halt erstmal nur in diesem kulturellen System nicht mitmachen wollen, dass unsere Eltern uns hinterlassen haben. Sie haben das jetzt vor allen Dingen auf die alte Bundesrepublik bezogen. Wie war es denn in der DDR? Da gibt es das auch, da hat mein Kollege Bodum Brozek, das Potz, ein hervorragendes Buch drüber geschrieben, da kann ich sehr empfehlen, wo er die halbstarken Bewegungen im Westen und Osten miteinander verglichen hat. Da gibt es tatsächlich auch, natürlich unter sehr viel stärkerer staatlicher Repressionen dann irgendwie so Versuche, sich so eine eigene musikalische Form anzueignen. Man kann da bis in die 70er Jahre Parallelen sehen, aber natürlich gibt es dann keine Tradition, die sich da herausgebildet hat. Also schon einfach, weil diese Transmission aus dem amerikanischen Raum mit zu übernehmen, mir da in der Form nicht stattgefunden hat. Frau Flath, inwiefern waren denn diese 60er, die Herr Balzer ja auch gerade besprochen hat, also diese Protestzeit, Ausdruck einer ganzen Generation? Kann man das so sagen? Es ist, finde ich, immer schwierig, etwas in eine Ganzheit zu packen, weil diese Ganzheiten ja immer auch heterogen sind. Aber wenn man das so möchte, könnte man das so sagen. Und ich möchte nochmal das stark machen, diesen Punkt der Abgrenzung. Also zu Beginn, und das wurde ja auch jetzt schon öfter erwähnt, es geht um Gemeinschaft, aber eine Gemeinschaft existiert auch nur dann, wenn es etwas außerhalb dieser Gemeinschaft gibt. Und insbesondere bezogen eben auf Popkultur braucht man auch das andere, um zu provozieren, um sich zu positionieren. Und jetzt nochmal, um an die Vorredner anzuknüpfen, auch bezogen auf 50er, 60er, also auch Twist oder Rock'n'Roll, da gab es ja auch wirklich von der Seite der Wissenschaft Zugänge, die diese Musik und die Rezipienten pathologisiert haben. Also das wurde dann wirklich in diese sehr sexistische, rassistische, pathologisierende Ecke gestellt. Also die Menschen, die diese Musik hören oder die tanzen, die werden krank oder sind krank, bis hin zu wirklich orthopädischen Vorwürfen. Also die, die Twist tanzen, haben es dann irgendwie mit dem Kreuz oder so irgendwie. Also da gab es wirklich eine breite wissenschaftliche Gegenwehr auch gegen diesen Aufbruch. Das darf man nicht vergessen. Herr Korte, auch das linksprogressive Lied entsteht ja aus einer Art Protest heraus. Ich nenne da zum Beispiel Konstantin Wader oder eben Hannes Wader oder Konstantin Wecker. Jetzt habe ich die beiden miteinander ganz seltsam verwoben. Aber das schafft es nicht in den Mainstream. Aber würden Sie sagen, das ist schon so eine Wurzel auch gesellschaftlicher links- und grüner Bestrebungen, die es da gibt? Ja, das glaube ich schon. Interessant ist ja nochmal, warum Hannes Wader nicht im Mainstream war, weil er nämlich auch von den Öffentlich-Rechtlichen natürlich boykottiert wurde, weil er ein strammer Linker war. Der war ja irgendwie auch ein Begriff in der DKP und also das muss man ja auch nochmal sagen, wie das damals gewesen ist, wie mit Hannes Wader zum Beispiel umgegangen ist. Aber ich glaube schon, dass das da schon eine Traditionslinie ist. Also gerade wenn man Hannes Wader Konstantin Wecker nimmt, also sowohl parteipolitisch gibt es da ja Identifikationen, das kenne ich aus meiner Partei. Aber ich erinnere mich natürlich auch, als ich Kind war. Also ich komme aus einer klassischen alt-68er westdeutschen Familie und musste dazu jeder Demo mitlatschen mit Friedenstauben, Luftballonen und das war schon der Sound. Auch Hannes Wader zu hören, nachzuspielen. Also ich komme in Niedersachsen auf dem Land und da hatte so die versprengten Linken und Friedensfreunde, hatten so ein altes Bauernhaus. Friedenskotten hieß das und da gab es auch einen Probenraum und die hatten da irgendwie so eine Friedensband, keine Ahnung, wie das damals so hieß halt und da wurde halt wirklich viel Hannes Wader nachgespielt, auch zusammen gesungen abends. Also daran kann ich mich als Kind noch sehr gut erinnern und dann ist das ja eigentlich fast verschwunden und auch bei mir, ich habe das jetzt erst in letzter Zeit mal wieder mir die alten Scheiben da mal rausgehört, mit meinen Eltern da nochmal drüber gesprochen, was das für sie eigentlich auch bedeutet hat, diese Musik und das glaube ich schon, Was hat es denn bedeutet? Na ich glaube, das hat erstmal natürlich eine künstlerische Transportierung von meiner Position, also mal ganz klassisch gesagt von einer ordentlichen Klassen, von ordentlicher Klassenstandpunkt. Da heißt ja natürlich auch gerade aus dem Englischsprachraum in der Zeit, nehmen Sie von Sohu Quattrofinia, also ein opulentes Werk, was gemacht wurde, wo sozusagen mittels dann der Rockmusik, gar nicht, dass das propagandistisch Agit-Rockmusik gewesen ist, aber zum Beispiel die Geschichte von einem Mod erzählt wird, der aus der Arbeiterklasse kommt, der rumgeschubst wird, der scheiße behandelt wurde, von den Bossen terrorisiert wurde. Das war schon, auch wenn ich so, es lohnt mit den Alten hin und wieder mal zu reden, also wie die Kämpfe gelaufen sind übrigens auch, lohnt es umzusehen, dass man nicht so werden sollte, wie einige, aber das war natürlich schon, also kurz zusammengefasst, das war damals die Musik, die Analyse der eigenen Sichtweise auf die Welt geliefert hat und gleichzeitig das damit verknüpfte, in der Tat Mut zu machen, Mut für den Kampf zu machen. Und da darf ich da noch einen Punkt hinzufügen, weil natürlich war dann irgendwie auch Hannes Wader irgendwie und solche Liedermacher, Festival des politischen Liedes, natürlich auch deswegen so populär in der, gerade in der Westlinken, weil sich die Westlinke mit dem amerikanisch beeinflussten Pop und der Rockmusik ja auch in ganz weiten Teilen nicht identifizieren konnte. Also die war ja im Grunde, die Westlinke war ja genauso anti-amerikanisch wie die alte Westrechte. Also da kam eben so im Vorbehalt gegen die amerikanische Kulturindustrie kamen sich die alten Rechten und die alten Linken eigentlich, haben sich da nicht viel gegeben. Und wenn man sich ansieht, wie, also lohnt sich immer auch mal von den alten Lernen, mal nochmal so K-Gruppen-Pamphlete aus den frühen 70ern durchzulesen, aber alles, was auch nur annähernd irgendwie irgendwie aus den USA kam, nämlich von vornherein natürlich immer unter Kulturimperialismusverdacht, inklusive natürlich auch afroamerikanischer Musik. Also wir haben, das klang eben schon an, natürlich in den 50ern und 60ern ist die Rockmusik in Westdeutschland eben ganz stark auch unter rassistischen Vorbehalt gestellt worden. Also N-Wort-Musik, Hottentotten-Musik und was man damals so sagte, dieses klassische bildungsbürgerliche Ressentiment irgendwie. Und dieses Ressentiment zieht sich aber in den 70ern auch tatsächlich bis in die westliche Linke. Also alles, was irgendwie aus Amerika kommt, inklusive der afroamerikanischen Emanzipationsmusik, also inklusive des Sol und später gerade auch in den 70ern Disco-Musik. Und ganz wichtig für die schwarze Emanzipation in den 70ern war in der westlichen Linke absolut verboten und generell unter Imperialismusverdacht gestellt. Dann blieb halt nur Hannes Wader übrig, das ist jetzt mal irgendwie so zugespitzt zu sagen und die Palinamacher, die es so gab. Wenn man sich dann ansieht, gab es diese große Friedensdemo im Bonner Hofgarten 81, was so dann so als das deutsche Woodstock dargestellt wurde. Und da gab es dann Wader und Zupfgeigen, Hansel und so ein paar versprengte Folkbands. Es war musikalisch, aber es war ganz furchtbar irgendwie. Und die Bots sagen dann irgendwie, was wollen wir trinken? Also da sieht man, dass irgendwie, also gerade die westliche Linke hatte auch leider irgendwie also im weiten Teil einen furchtbaren Musikgeschmack. Wie viel war diese? Deswegen kann ich auch niemals anti-amerikanisch sein, weil Amerika hat Bob Dylan und Bruce Springsteen hervorgebracht und wir können uns ja in Deutschland umgucken. Also deswegen, das ist eine berechtigte Kritik, das habe ich nie verstanden. Also deswegen kann ich das auch nicht sein. Wobei Sie hatten natürlich damals, was Sie gerade sagten, mit Wader, also das ist eine gute Analyse, die Sie da liefern, aber man hatte natürlich immer ein, zwei, Harry Bella Fonte beispielsweise. Der wurde natürlich dann auch immer genommen und der war, glaube ich, auch im Hofgarten dabei, Harry Bella Fonte. Ja, aber das ist ein Point taken, ja. Inwiefern, Herr Balzer, ist denn die Musik dann auch ein Spiegel der Gesellschaft? Ist es das? Also nicht nur der Gesellschaft, sondern der politischen Verhältnisse? Jetzt immer oder in einem bestimmten Jahrzehnt? Ja, zu dieser Zeit, aber dann auch durchaus bis ins Heute hinein. Machen wir mal den Sprung ein bisschen. Ja, ich glaube, wie eingangs schon gesagt wurde, also Musik ist immer politisch in irgendeiner Weise und ich würde ja sagen, selbst wenn Musik von sich behauptet, sie ist apolitisch, dann ist sie gerade besonders politisch, weil die Behauptung, dass man keine Botschaft transportiert, ist ja auch eine eigene Botschaft. Ich glaube, dass, also wie ich eben versucht habe zu sagen, dass das Verhältnis zwischen Politik und gerade Popmusik ist irgendwie komplizierter, als man das vielleicht den Anschein hat. Warum ist es kompliziert? Weil es, glaube ich, tatsächlich nicht ohne weiteres sich reduzieren lässt auf die Frage, was passiert in Songtexten. Wir haben sonst immer irgendwie, also das ist klassische Arbeiterlied-Analyse, also Empowerment, also da wird was gesungen, irgendwie, dann stehen wir alle Seite an Seite miteinander irgendwie und kämpfen für die gerechten Felsen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen komplexer. Also wir haben gerade über Gemeinschaftsbildung gesprochen. Natürlich ist sowas wie, ich hatte eben schon die Disco-Kultur, also den Disco-Underground der 70er erwähnt, also wo es dann auch zum ersten Mal wieder, da gibt es dann Räume im Underground, wo sowas wie schwule Sexualität lebbar ist auf der Tanzfläche, was irgendwie in den, auf der Straße, in den öffentlichen Räumen nicht geht in den 70ern. Oder wo Weiße mit schwarzen Menschen tanzen und küssen und sich irgendwie einen guten Abend machen können. Also es gibt also tatsächlich viel von dem, was an so sozialen Emanzipationsbewegungen entstanden ist, aus den 68ern raus oder aus dem Bürgerrechtsbewegten Jahrzehnt raus, in den 70ern gerade, hat erstmal wesentlich ohne Worte funktioniert, sondern irgendwie mit einer Musik, wo es erstmal nur um Tanzen ging und um Gemeinschaftsgefühle. Also auch das kann irgendwie ein Spiegel der Gesellschaft sein. Und das pflanzt sich tatsächlich, glaube ich, ja, bis in die Gegenwart fort. Also man hat immer wieder große Bewegungen gehabt, aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass das nicht nur auf der emanzipatorischen Seite der Fall ist. Also natürlich haben auch die Nazis einen Soundtrack. Und natürlich hat auch der Neokonservatismus einen Soundtrack. Und wenn wir den Sprung jetzt in die Gegenwart machen, Sie sagen, Pop wäre auch durchaus ein Spiegel des rechten Populismus. Ist das so? Ja und nein. Ich glaube, dass Pop ein Spiegel ist der Verschiebung der gesellschaftlichen Hegemonie nach rechts in den letzten beiden Jahrzehnten. Also wir haben dann so Phänomene wie den sogenannten Heimatrock, also patriotischen Rock von Bands wie Freiwild oder Andreas Gabalier aus Österreich. Wir haben tatsächlich sowas auch gerade im Deutschrap seit Anfang der Nullerjahre. Also extreme Verrohung der Lyrics natürlich. Ein Sexismus, Homophobie und auch Antisemitismus, wie wir wissen, in der Popmusik, also im Mainstream-Pop bis dahin relativ unbekannten Ausmaß. Also ich glaube schon, dass man das irgendwie, bevor diese rechte Hegemonie dann, die Verschiebung der Hegemonie nach rechts dann irgendwie politisch sichtbar geworden ist, unter anderem in der Entstehung der AfD, kann man schon im Jahrzehnt vorher in der Kultur sowas wie so seismografische Entwicklungen feststellen. Das ist insofern also auch im Rückblick ganz interessant. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass es ja bei denen, denen den rechten Populisten ein bisschen nicht gelungen ist, einen eigenen Soundtrack zu entwickeln. Also es gibt kein rechtes Woodstock. Und das war ja auch bei Donald Trump so, wenn man sich angesehen hat, dass natürlich die amerikanische Popmusik fast geschlossen, also bei Obama geschlossen angetreten ist. Und dass Trump damals große Schwierigkeiten hatte, auch nur so ein paar drittklassige Musiker für sich zu gewinnen. Also natürlich gibt es auch da Phänomene, aber da ist es eigentlich eher so, also sowas wie ein Soundtrack, der jetzt eine politische Gemeinschaft, die rechts stehen würde, zu einer Veranstaltung wie Woodstock versammeln würde. Das gibt es nicht. Und das gab es auch in Deutschland nicht. Die AfD hat keinen Soundtrack. Also es gibt zwei, drei rechte Rapper aus dem Umfeld von so Hooligan-Vereinen gerade in Ostdeutschland. Aber das ist dann im Wesentlichen auch gewesen. Also eine Spitze gibt es dann nicht. Aber ich glaube, es gibt schon sowas wie eine Verschiebung allein, dass sowieso patriotische Themen oder Themen wie Heimat plötzlich wieder so eine große Rolle spielen. Oder dass sich also gerade auch irgendwie die Geschlechterbilder jetzt rückwärts entwickelt haben in weiten Teilen der Popmusik. Also das trägt dann, glaube ich, schon dazu bei. Frau Flath. Darf ich kurz da einhacken? Aber Frau Flath und Herr Götter, wir müssen auch noch an der Kommen. Nur ganz kurz, weil das ist ja, also ich teile Ihre Beobachtung, aber es stellt sich natürlich für mich auch als Linken oder auch als Politikwissenschaftler natürlich die Frage, warum ist das so? Wie hat sich das denn hier entwickelt? Und das ist natürlich eine hochpolitische und vor allem eine wirtschaftsökonomische Frage. Das war das Zeitalter des Neoliberalismus, der Leute den Boden unter den Füßen weggerissen hat, wo sich der Staat zurückzog, wo es keine Sicherungs- und Haltungssysteme mehr gegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war natürlich auch die Zeit, wo man sich dann, weil man auf sich alleine gestellt war, es eine Renaissance eines völlig tradierten Familienbildes, eines zum Teil reaktionären Heimatbegriffes war, ist sozusagen natürlich der Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse, ist dann auch in der Kultur und vor allem in der Musik natürlich zum Ausdruck gekommen. Und das finde ich völlig, also ganz wichtig, das zu sehen, damit wir auch überlegen können, wie man das wieder zurückdrängen kann. Also die Analyse davon halte ich für entscheidend. Inwiefern, Frau Flath, um da in die Analyse so ein bisschen reinzugehen, ist denn die gegenwärtige Musikkultur auch ein Stück weit traditioneller, rechter, populistischer? Also zunächst, ich finde den Begriff des Seismografen hier ein bisschen besser als den des Spiegels, weil ein Spiegel hat immer so in irgendeiner Art und Weise was Eindimensionales. Und ich finde, so eindimensional kann man das nicht denken. Ich bin noch ein bisschen so bei der Aussage von Jens Balzer hängen geblieben, dass die die neuen Rechten hier keine Soundtrack hätten. Vielleicht ist es, existiert dieser Soundtrack, aber ist in dieser Weise nicht Öffentlichkeit, nicht in der Öffentlichkeit so präsent, weil was man natürlich schon weiß, vor allem wenn es darum geht, inwiefern Musik auch mitradikalisieren kann, dann gibt es ja schon noch einige Forschung auch zu rechter Musik, zu rechtsradikalen Gruppierungen und da spielt Musik eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Es gab von Sebastian Schlaffer, der lange Zeit in der rechten Szene aktiv war und jetzt Sozialarbeiter geworden ist und sich um Menschen kümmert, die aus dieser Szene aussteigen möchten, ganz, ganz tolle Interviews dazu, dass er gesagt hat, das, was ihn radikalisiert hat, war dann eigentlich die Musik, die Texte, dieses ganz bewusste mitsingen, dieses Gruppengefühl, diese, ja, dieses Gruppengefühl, dieses Gefühl, wir sind toll, wir sind etwas wert. Also insofern glaube ich schon, dass es diesen Soundtrack gibt, vielleicht ist er nicht immer so hörbar und sichtbar. Zum Populismus, das ist natürlich ganz eine spannende Frage und da gefällt mir auch wieder diese Analogie zum Seismografen sehr gut. Ich kann mir vorstellen, natürlich hat sehr, gibt es diese Verbindung zwischen Popmusik, zwischen Gesellschaft, die nicht so eindimensional zu sehen ist und wenn man, und, und, und dieser Populismus in der Musik findet sich natürlich auch in der Gesellschaft, also dieser Sexismus, diese Misogynie und so weiter und so fort. Ich frage mich aber, wenn man in der Gesellschaft das alles klären würde, ich glaube, dass es dann trotzdem noch so eine Form der Musik gäbe, aber was ich ändern würde, wäre der Diskurs darüber und die Diskussion darüber und was mir auffällt, ist, dass der manchmal noch zu leise ist, ja, auch wenn wir diese ganzen Debatten zu MeToo oder Black Lives Matter und so weiter, das ist zwar alles da, aber es führt dann nicht dazu, aus meiner Perspektive, dass es dauerhaft da ist im Diskurs. Also insofern ist das Seismografen für mich eigentlich die bessere Beschreibung und auch bezogen auf Populismus, weil es viel, viel mehrdimensionaler zu denken ist. Herr Gardemarker, Stichwort Populismus, der sich ja dann auch in der Musik findet, wir haben es ja gerade gehört, auch in der rechten Szene durchaus. Die Musiker berufen sich dann natürlich auch immer auf die Freiheit des Grundgesetzes. Wo setzt das Grundgesetz da denn auch Grenzen letztendlich? Also bevor ich dazu komme, muss ich zunächst sagen, also ich finde, dass wir jetzt zu schnell die Diskussion auf diesen Aspekt zugeschnitten haben. Wir verpassen zu viel, wenn wir die Diskussion so eng führen. Das beginnt schon bei der Diskussion über Hannes Wader. Ich meine, der hat auch eine schöne LP gemacht mit blattdeutschen Liedern beispielsweise. Wader ist viel komplexer. Den können Sie nicht reduzieren auf einen Klassenkämpfer. Sehr stark beeinflusst von der irischen Musik beispielsweise. Also er ist ein Rebell in erster Linie. Und diese Rebellion gegen bestehende Verhältnisse, die haben wir natürlich auch in den USA. Elvis Presley ist die Antwort auf Doris Day. Und das setzt sich natürlich im Kampf gegen den Vietnamkrieg in den 60er Jahren fort. Mit dieser ganzen Protestbewegung. Woodstock reiht sich da natürlich ein. Ist vollkommen klar. Und das hat natürlich Einflüsse auch auf Deutschland gehabt. Insofern ist das, was wir jetzt unter Amerikanisierung oder amerikanischen Einflüssen diskutiert haben, natürlich sehr wichtig gewesen. Aber es führt eben dazu, dass wir eben auch einen großen Pluralismus an musikalischen Richtungen bekommen haben. Und diese Einflüsse gibt es nach wie vor. Wir haben eben nicht nur Rechtsrock heute, sondern wir haben vieles andere auch, was eben auch sehr wichtig ist und was wir nicht gleich vernachlässigen dürfen. Und insofern ist der Hinweis aufs Grundgesetz natürlich schon irgendwo richtig. Aber Musik entzieht sich natürlich einer juristischen Definition, sondern Musik entsteht, weil es einen bestimmten Zeitgeist gibt, der diese Musik hervorbringt. Oder weil es Bedürfnisse gibt, wie zum Beispiel den Kampf gegen den Vietnamkrieg, der sozusagen politisch ist. Oder wie in den 20er Jahren schon bei Weil oder Eisler, die das eben auch politisch verstanden haben. Und wir müssen diese Komplexität sehen. Wenn wir das von vornherein nur zuspitzen sozusagen auf die Musik als Teil einer neuen rechten Szene, dann verpassen wir vieles andere. Und insofern müssen wir, glaube ich, auch über die anderen neueren Richtungen in der Musik diskutieren, die es heute ja auch gibt. Musik ist heute so pluralistisch, dank auch der modernen Medien, was Sie ja ganz am Anfang einleitend schon gesagt haben, dass Musik natürlich viel pluralistischer ist, als wir das jemals gehabt haben vielleicht. Insofern sollten wir die Diskussion etwas breiter führen. Und wir haben ja genügend Experten sozusagen unter uns, um das hier auch zu tun. Aber ich finde, dass, wenn ich das sagen darf, das schließt ganz gut an das an, was Beate Flath gerade gesagt hat. Weil es natürlich, Sie haben gesagt, der Pluralismus ist enorm. Das heißt, wir sind auch in einer Situation, wo sich das alles gar nicht genau überschauen lässt, was passiert. Und wo aber auch viel unterhalb des gesellschaftlichen Radars stattfindet. Also viel, also ich hatte eben schon den Deutschrap erwähnt, also viel von dem, was im Deutschrap der letzten Jahre und anderthalb Jahrzehnte passiert ist, ist ja gar nicht, also gar nicht an die größere Öffentlichkeit gedrungen, bis es dann irgendwie so Ereignisse gab, wie diese Echo-Debatte über über Kollegah und Farid Bang und die antisemitischen Zeilen da drin. Also das, und man hat dann der, 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 der Rechtsrock, den gibt es natürlich. Es gibt natürlich auch große Festivals, in denen auch sowas wie, wie Gemeinschaftsgeist irgendwie gestiftet wird. Das läuft auch unter dem Radar, wie sagen wir mal, der, der klassischen Öffentlichkeit ebenso, wie es natürlich auch in der Gegenwart eine, eine ganz große und immer weiter wachsende Tradition von Musik gibt, in denen sexuelle Minderheiten, minoritäre Bewegungen, die ganze LGBTQ-Bewegung, deren Emanzipationsbewegung, deren wesentliches Ausdrucksmittel oder eins der wesentlichen Ausdrucksmittel in den letzten Jahren war, war die Musik, gerade die elektronische Musik, gerade der, der, der Dancefloor und alles, was sich darum herum organisiert, ist ein ganz zentrales Ausdrucksmittel gewesen. Heißt das denn, dass Pop provozieren muss, um Gesellschaften auch voranzubringen? Oder provozieren muss? Ich finde das, ich habe mit diesem Provokationsbegriff immer so Probleme. Also viel, viel von dem, was irgendwie, sagen wir mal so, in der bürgerlichen Öffentlichkeit als Provokation wahrgenommen wird, ist dann in den Szenen, in denen es passiert, eigentlich ganz normal. Also ich glaube, da wird auch gar nicht mehr... Es provoziert, kann man so sagen, es provoziert die Leitkultur? Ach, ich glaube, also ich glaube, der Provokationsbegriff hat sich spätestens in den 80er Jahren erledigt. Also man konnte irgendwie als Punkrocker, konnte man irgendwie seine Eltern oder auch die Hippies oder die Altlinken noch irgendwie damit produzieren, wenn man sich dann irgendwie ein Iro geschnitten hat und vielleicht auch mal so ein kleines keckes Hakenkreuz irgendwie noch mitgetragen hat, irgendwie um den Sozialkundelehrer dann besonders zu ärgern, irgendwie, also dieses Zeichenchaos, was da entfacht wurde. Das hat sich aber jetzt, glaube ich, tatsächlich dadurch, dass irgendwie, dass es auch diesen Generationsunterschied nicht mehr gibt. Also die Eltern, die irgendwie völlig entsetzt sind, was für komische Musik ihre Kinder da hören, das hat sich ja irgendwie auch erledigt in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten. Also von daher, ich glaube, Musik als provokatorisches Element, das hat sich... Das wäre, glaube ich, eine falsche Beschreibung. Ich glaube, das, was als Provokation wahrgenommen wird, ist dann eher sowas wie eine Ausprägung von speziellen Identitäten oder Identifikationsformen oder von, sagen wir mal, gerade von bestimmten Körperbildern oder Selbstinszenierungen, die man mit der Musik verbindet oder die sich mit der Musik verbinden lassen. Die werden dann vielleicht mancherorts als Provokation wahrgenommen. Ich glaube aber nicht, dass es so gemeint ist. Also wenn sich... Vielleicht, ganz kurz noch einladen, klar, vielleicht geht es auch nicht nur um Provokation bei Popmusik oder auch als politisches Instrument von mir aus, sondern wir leben ja nur im Kapitalismus und es gibt natürlich eine Kulturindustrie. Also nehmen wir mal das Klassische, was jeder nachvollziehen kann, Hollywood. Das, was die produzieren. Da muss ich gar nicht analysieren, was sozusagen, ob das jetzt was mit Provokation oder ob das politisch ist oder sonst was, sondern das hat natürlich in dem Falle einfach hervorgebracht worden, um Geld zu machen, logischerweise, aber hat natürlich den Effekt in der Gesellschaft für ganz viele Leute, diese unerträglichen Zustände im Kapitalismus für anderthalb Stunden mal zu vergessen, also für die Zerstreuung zu sorgen, ohne irgendeinen Anspruch daran zu haben. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, dass man sagt, also auch das, sich aus diesen Verhältnissen, in denen man jeden Tag lebt, mal anderthalb Stunden zu verabschieden, dass auch das natürlich eine wesentliche Funktion ist, weil eben auch diese Musik im Kapitalismus produziert wird. Das finde ich nochmal einen Aspekt, wo man dann auch gar nicht so viel aufladen muss eigentlich. Wollen Sie darauf direkt antworten, Herr Gürtel-Marke? Dieses Phänomen, was Sie beschreiben, ist natürlich nicht auf freiheitlich-demokratische Gesellschaften beschränkt, sondern das gibt es natürlich in kommunistischen Gesellschaften genauso, wo Musik ebenfalls eine große Rolle gespielt hat. In China ist das bis heute so. Das heißt also, dieser integrative Faktor der Musik für einzelne Bewegungen, die sich damit gegen andere abkretzen, ist, glaube ich, in der Tat sehr viel wichtiger als dieser provokative Aspekt, den Sie gerade erwähnt haben. Also insofern dient natürlich Musik, wie wir es am Anfang ja auch schon gesagt haben, nicht nur der Selbstvergewisserung, sondern auch tatsächlich einer Gruppenbildung, eine Gruppenbildung auch gegen andere Gruppierungen oder auch gegen die gesamte Bewegung. Also das, was ich vorhin als Rebellion bei Hannes Werder oder bei Woodstock oder anderen schon gesagt habe, das gilt natürlich auch heute. Viele rebellieren gegen die bestehenden Verhältnisse, weil sie sich eine andere Gesellschaft wünschen. Und das hat unter Umständen, und da müssen wir uns nochmal näher darüber halten, auch wir sind hier in der Sendung Forum Demokratie, warum unsere Demokratie in vieler Hinsicht nicht so funktioniert, wie sich bestimmte Gruppen das wünschen. Denn dass diese Gruppen sich außerhalb dieser Gesellschaft stellen oder sich eine andere Gesellschaft wünschen, hat ja auch viel mit Politik zu tun, weil die Politik nämlich keine Antworten findet auf bestimmte Herausforderungen, die sich in dieser Gesellschaft stellen. Und deswegen bilden sich diese Gruppen, deswegen kommen sie zu dieser Musik. Und ich sage es nochmal, was hier vorhin auch von Herrn Balzer schon gesagt worden ist, Musik schafft keine politischen Richtungen oder politischen Ideen, sondern politische Ideen, politische Richtungen bedienen sich der Musik, um eine solche Gruppenbildung zu beschleunigen. Und das ist der entscheidende Faktor. Und das sehen wir heute auf der politischen Rechten natürlich sehr gut, genauso wie wir es eben auch in anderen Gesellschaften immer schon gesehen haben. Ja, Frau Flath, eben wurde schon die Echo-Verleihung 2018 erwähnt. Das hat ja durchaus eine gewisse, stellt ja durchaus eine gewisse Zäsur dar. Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Gewaltverherrlichung wurden ja in deutschen Rap-Songs dann auch mal von einer sehr breiten Öffentlichkeit ein Stück weit wahrgenommen. War das so, dass die breite Öffentlichkeit eigentlich das erste Mal so genauer hinschaute auf diese Texte? Vielleicht auf die Texte genau dieses Genres. Also es kommt ja immer wieder, wie ich schon vorhin erwähnt habe, vor, dass das Popkultur im Diskurs von der Wissenschaft kommentiert wird, sagen wir mal so. Aber in diesem speziellen Fall, glaube ich, war das auch sehr, sehr wichtig und wurde auch breit diskutiert. Und ich finde, müsste noch viel, viel weiter diskutiert werden, weil, um nochmal darauf anzuschließen, wir haben es jetzt schon mehrmals gehört, Musik, Gesellschaft, die stehen miteinander in Zusammenhang. Und die Frage ist immer, was kann diese Musik befördern? Wo gibt es denn eigentlich Strukturen oder Institutionen, wo solche Texte so rezipiert werden, dass sie dann tatsächlich auch wirksam werden, in einem Handeln auch wirksam werden? Und ich finde, da müsste Gesellschaft, da müsste die Öffentlichkeit noch viel mehr und auch noch viel genauer hinschauen, um auch den Menschen, die ja dadurch auch beleidigt werden und runtergemacht werden, auch eine Stimme zu geben. Weil die haben aus meiner Perspektive noch viel zu wenig Möglichkeit, sich auch zu artikulieren. Herr Korte, bei der Echo-Verleihung, da ging es vor allen Dingen um Rap und man hat sich diese Texte mal genauer angeschaut. Dann gibt es auch noch das Phänomen des Rechtsrocks. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied, wenn man sich die Aussagen der Texte anschaut? Na, ich bin kein Musikwissenschaftler, das muss besser Herr Balz oder Frau Flath beantworten. Und das ist auch überhaupt nicht meine Musik, um das auch gleich zu sagen. Aber eins finde ich natürlich schon interessant. Aber als Politiker müssen Sie sich damit ja auch beschäftigen. Ja, natürlich. Also wir als Linksfraktion, wir sind ja diejenigen, die beispielsweise regelmäßig quartalsweise abfragen, wie viele Rechtsrock-Konzerte hat das eigentlich gegeben, wie viele Leute sind da. Dass wir überhaupt natürlich auch für die Wissenschaft damit übrigens zur Verfügung stellen, überhaupt mal valides Zahlenmaterial. Und das hat schon große Dimensionen, um das klar zu sagen. Ich fand nochmal, ich habe Ihr Buch gelesen, Herr Balzer, fand ich ja schon nochmal eins interessant. Gerade dieser zum Teil wirklich unerträgliche, sexistische, also es ist wirklich abartig zum Teil ja die Texte. Auch ein unerträglicher Antisemitismus, auch diese Verrohung der Sprache, wo man ja wirklich denkt, das kann nicht wahr sein. Finde ich nochmal ganz interessant, ein Aspekt, auf den Sie da mal hingewiesen haben, dass es gerade ja im Rap oftmals auch von Underdogs, also von Leuten, die eh ausgegrenzt sind, ja, die einen migrantischen Background haben, dass die natürlich auch, die sind ja jetzt keine besseren Menschen, aber dass auch in diesen Texten das zu finden ist. Und das finde ich einen total spannenden Aspekt, wie eigentlich Ausgrenzungsmechanismen in einer Gesellschaft dazu führen, dass durchaus auch Ausgegrenzte, die davon betroffen sind, wiederum dann in ihrer Kultur eine brachiale, verbale Ausgrenzung von noch Schwächeren vornehmen. Das finde ich wichtig, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Das fand ich sehr gut in Ihrem Buch, weil das habe ich so noch vorher gar nicht gesehen. Das finde ich eine ganz spannende Frage, warum das so ist. Und das Zweite glaube ich natürlich, also wenn man sich natürlich auch die Verrohung auch in den politischen Verhältnissen auf der Welt anguckt, ja, dann findet das darin natürlich Ausdruck. Also es ist normal, dass irgendwie im Jahr hunderte von Leuten im Mittelmeer einfach elendig ertrinken. Das nimmt man einfach so zur Kenntnis. Da gibt es einen Innenminister, der sich an seinem Geburtstag freut, dass hier Leute nach Afghanistan abgeschoben werden. Will damit sagen, wir haben ja irgendwie auch eine Gesamtverrohung in dieser Gesellschaft, Gesellschaft, die sich natürlich dann auch weiter transportiert in alle anderen Bereiche der Gesellschaft auch und logischerweise dann auch in die Kultur und in den Pop. Und ich glaube, dass man das so sehen muss. Ich fand von Frau Flaid ihren Begriff mit dem Seismograph, da hatten Sie recht. Das ist besser als der Begriff des Spiegels. Und da würde ich auch diesen Begriff so anwenden. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Seismograph, auch von wirklich barbarisierten gesellschaftlichen Verhältnissen, wo die Grundannahme ist, der Stärkste gewinnt, ich muss den Ellenbogen ausfahren, wo schon im Kindesalter die Kinder getrimmt werden, alleine mit dem Ellenbogen komme ich hier nur durch. Und das führt natürlich zu Dynamiken, glaube ich, dann auch in der Kultur, womit man nicht alles, aber vielleicht ein Stück es erklären kann. Herr Görtemacher, geht das ein Stück auch zu weit? Misst man da der Musik ein Stück weit zu viel Bedeutung zu? Es geht viel zu weit. Ob das, was Herr Korte sagt, tatsächlich die Erklärung dafür ist, ist eine andere Frage. Was wir auf jeden Fall haben, ist eine Hasskultur in unserer Gesellschaft, aber auch in anderen Gesellschaften, die wir so vielleicht in früheren Zeiten nicht gehabt haben. Und das ist natürlich etwas, was einen besorgt stimmt, weil dann natürlich der politische Gegner tatsächlich hasserfüllt runtergemacht wird. Und das ist eben sehr gefährlich, nach meinem Dafürhalten. Also insofern glaube ich, dass wir nicht nur in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, sondern in den USA haben wir es gerade eben noch mal sehr deutlich erlebt, vieles dazu tun müssen, um hier zu einer Verständigung zu kommen, auch im Sinne von Demokratie. Das heißt, wenn wir Demokratie praktizieren wollen, dann muss sie bestimmten Regeln folgen. Und wenn diese Regeln verletzt werden, dann hat man ein wirkliches Problem. Und die Hasskultur entsteht natürlich auch aus Hilflosigkeit. Dadurch, dass viele das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr mitbestimmen können, dass sie nicht mehr mitreden können. Das heißt also, ich denke mal an ein anderes Beispiel. Das ist auch interessant, dass sich ja zum Teil linke Texte oder das Rechte sich wieder linker Texte bedienen. Tonsteine scherben beispielsweise. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ein Lied sozusagen, was zu einem politischen Slogan wurde, in früherer Zeit wird jetzt von den Rechten subsummiert. Also das ist doch eine erstaunliche Entwicklung. Und in beiden Fällen spielt die Tatsache, dass man sich sozusagen hilflos fühlte gegenüber einem Establishment, einer Elite, einer Gesellschaft, in der man selber eben nicht mehr sich entfalten konnte, eine zentrale Rolle. Also insofern, der Hass ist das Ergebnis einer Hilflosigkeit. Und wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir eine Demokratie so gestalten können, dass die Menschen tatsächlich ein Mitwirkungsrecht und ein Mitgestaltungsrecht haben. Und ich sage es nochmal, Musik ist eben ein Ausdruck des Zeitgeistes und nicht umgekehrt. Insofern haben wir tatsächlich ein Problem. Aber das Problem liegt tiefer auch in den politischen Rahmenbedingungen. Herr Korte weiß das sicherlich aus der politischen Praxis viel besser als wir. Also wie man, wie man oder wie hilflos man sich oft den Entscheidungen gegenüber sieht. Frau Flath, Sie hatten sich gemeldet. Dann kommen Sie dran, Herr Walser. Genau, vielen Dank. Eigentlich nur ein kurzer Kommentar. Das ist der Grund, warum ich meinte, dass das viel mehr in die öffentliche Diskussion müsste, weil das dann dazu führen sollte, könnte hoffentlich, dass Gesellschaft auch über sich selber nachdenkt. Weil all das, was jetzt gesagt wurde, Hass, Sexismus, Rassismus, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und so weiter, diese ganz großen Grausamkeiten, die sind ja da. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch manchmal ein Stück weit Bequemlichkeit ist, diese Diskurse dann irgendwann mal wieder abebben zu lassen. Dann gab es Headlines in den Zeitungen, da wird mal drüber diskutiert und dann verschwindet es wieder und es ist wieder weg. Aber eigentlich müsste man, um wirklich dann auch Gesellschaft mitreflektieren zu können, das viel, viel mehr noch in die Mitte der Öffentlichkeit auch holen. Herr Balzer, Sie wollten. Beate Flath, das so kurz zu sagen, völlig recht. Also nach der großen Aufregung rund um den Echo ist dann natürlich das Thema eigentlich auch relativ zügig dann wieder verschwunden aus den Schlagzeilen. Wenn man sich jetzt ansieht, was so in den aktuellen Deutschrap-Charts zum Beispiel ist oder in den aktuellen Spotify-Charts, das ist irgendwie zu wesentlichen Teilen nicht unbedingt erfreulicher, als das, worüber uns ja beim Echo Gedanken gemacht haben oder aufgeregt haben. Und es ist natürlich sogar in den letzten ein, zwei Jahren noch irgendwie auch der Aspekt der Verschwörungstheorien dazugekommen. Also das, was uns ja jetzt mit QAnon und im letzten halben Jahr circa auch in Deutschland politisch beschäftigt hat, das findet sich tatsächlich auch schon seit Jahren in mehr oder starken Spurenelementen, gerade auch im deutschsprachigen Hip-Hop. Ich wollte gerne noch einen Satz sagen. Ich finde die Analyse völlig richtig, aber mir ist das offengestanden ein bisschen zu sehr aus der Opferperspektive gedacht. Also wenn sie davon reden, dass das Hate Speech sich aus Hilflosigkeit gründet, ich glaube, viel von dem, was man irgendwie auch in der aktuellen, also im Rechtsrock sehen kann, oder auch in bestimmten Formen des Deutschrap, das ist einfach Formen von Männlichkeit und Maskulinität. Die sind nicht hilflos, sondern die sind einfach Rassisten, Antisemiten und Sexisten. Und ich weigere mich, mir die immer in so eine Opferrolle herzudenken. Also die wissen genau, was sie tun irgendwie. Das ist eine Form von Suprematismus, der damit offensiv ausgelebt wird. Und ich glaube, man darf das jetzt nicht so zu, wenn man das so aus der Opferperspektive diskutiert, kommt es immer so vor, als ob man das so zu verminderten Bedingungen kritisiert. Ach, die haben es ja auch irgendwie schwer. Das ist, glaube ich, noch gerade nicht der Fall. Wir kommen so langsam zu unserer Schlussrunde. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Götte-Marker. Inwiefern sollten Musiker denn auch ein Stück weit Vorbild sein in der Gesellschaft? Oder überfrachtet man die Popmusik dann völlig? Also man kann das nicht ohne weiteres steuern. Das ist doch vollkommen klar. Was Herr Balzer gerade sagt, ist vollkommen richtig. Natürlich sind das Täter. Man kann dafür keine Entschuldigungen finden, wenn bestimmte Texte verfasst werden oder wenn bestimmte Gruppen sich in dieser Öffentlichkeit so positionieren. Man muss trotzdem nach Erklärungen suchen, dafür, warum Sie das tun. Das ist ja nur mein Plädoyer gewesen. Und ich glaube, dass wir das in der Tat mehr tun dürfen. Wir haben ja eine Gesellschaft, auch ein politisches System, in dem fast keine Opposition mehr da ist. Ich nehme mal Herrn Korte jetzt aus. Aber ansonsten ist es eben tatsächlich, wir haben einen Bundestag, in dem alle einer Meinung sind. Das ist gesellschaftlich für den gesellschaftlichen Diskussionsprozess nicht gut. Und insofern haben wir nicht nur ein Problem mit dem Rechtsrock, sondern wir haben auch ein Problem mit der Demokratie. Ja, überfrachten wir die Popmusik ein bisschen, wenn wir sagen, da sollte auch ein Vorbild, eine Vorbildfunktion sein? Keine Ahnung, muss man die Popmusiker fragen, was ich mir wünsche. Aber dann frage ich anders, tragen Musiker denn auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung? Ja, das finde ich schon. Also ich finde schon, dass Musiker gerade, wenn man überlegt, da gibt es ja viele Beispiele, das schafft doch Leute, die im Dorf gegen Nazis sich entgegenstellen, die da völlig alleine sind. Da gab es doch auch die paar coolen Aktionen von Feine Sahne und anderes mehr, wo die im Dorf gespielt haben, wo die Leute zusammengekommen sind, mal einen Tag aus der Scheiße rauszukommen. Zusammen zu sein, nicht bedroht zu sein, sich mal entfalten zu können, zu sein, wie sie sein möchten. Das finde ich, ist eine ganz praktische Funktion von Popmusik. Also solidarisch zu sein, Leute zu stärken, die irgendwie auf der Seite des Guten stehen, will ich mal so sagen. Und ich finde, vielleicht sollte man es auch ein Stück weit umgekehrt machen, nochmal auch als Politiker oder als politische fortschrittliche Aktivisten gucken, was kann eigentlich uns die Popmusik eigentlich sagen in der Analyse. Nur ganz kurz ein Beispiel. Hillary Clinton hätte damals ein bisschen mehr Bruce Springsteen hören müssen. Ja, um mal zu sehen, da gab es echt einen guten Artikel in der FAZ, der hat das nochmal aufgesagt, nochmal zu gucken. Da ist jemand, der analysiert, warum im Rostbelt und in Pennsylvania die Leute, die seit Roosevelt immer die Demokraten gewählt haben, auf einmal den Faschisten Trump wählen. Nämlich darüber zu besinkt er ja den Niedergang der Industrie und wo der Vater seinem Kind nicht mehr mehr die Fabrik zeigen kann, wo er gearbeitet hat, weil sie schlicht nicht mehr da ist. So, deswegen wäre das ja vielleicht eine umgekehrte Idee, dass auch wir, die in der Politik sind, auch viel mehr den gesellschaftsanalytischen Teil, der ja immer in der Popmusik drin ist, sich vielleicht auch mal wieder reinzuziehen und zu gucken, was kann ich daraus politisch ableiten. Frau Flath, auch an Sie die Schlussfrage. Welche Funktionen hat denn die Popmusik in unserer Gesellschaft? Also, wenn ich dir das nochmal anknüpfe an die Verantwortlichkeit, dann finde ich, die ist da. Und ich finde, man darf Popmusik durchaus was zumuten. Man darf sie auch mit sich selber konfrontieren. Das macht sie ja auch bunt, das macht sie auch vielfältig, das bringt sie ja auch weiter. Und die Rolle in Gesellschaft ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und eine große Verantwortung aller beteiligten Akteure. Also, dahinter, das muss man schon nochmal ansprechen, steckt ja auch eine ganze Industrie, die auch damit Geld verdient mit diesen Songs, die rassistisch sind beispielsweise und die zuhauf sich angehört werden. Also, es ist auch eine ganze Frage der Industrie, die dahinter steht, der Gesellschaft. Aber ich glaube, um nochmal an einen Beginn zurückzukommen an Popmusik, da darf man was zumuten und man darf sie auch mit sich selber konfrontieren. Herr Balzer, tragen Musiker eine besondere Verantwortung in unserer Gesellschaft? Also, eine besondere Verantwortung tragen, weiß ich nicht. Ich würde auch davor warnen, jetzt irgendwie von Musikern und Musikerinnen zu erwarten, dass sie jetzt auf so, sagen wir mal, mit einem Staatstragender Linie Kunst machen. Das ist natürlich furchtbar. Also, natürlich soll auch immer irgendwie in verantwortungsloser Weise, wenn nicht provoziert, dann noch zumindest überrascht werden. Und man kann natürlich auch nur künstlerische Freiräume öffnen, wenn man sich den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft widersetzt und wenn man vielleicht auch so den korrekten politischen Auftrag erstmal zurückweist. Ich glaube, das ist eher dann die Aufgabe der Öffentlichkeit, Frau Flath hat völlig recht, das zu beobachten, was da passiert und zu versuchen, das irgendwie einzuordnen oder zu kritisieren und zu kommentieren. Und das ist halt, da kommen wir so vor, dass alle Formen des kritischen Umgangs mit Musik doch sehr im Verschwinden sind. Das war ja schon mal anders in den 80er und 90er Jahren. Da gab es breite Diskurse darüber, was Popmusik uns sagt und wie man mit der Popmusik die Welt verändern kann oder auch nicht. Das ist jetzt zurückgegangen. Da wäre es, glaube ich, eher die Aufgabe der Öffentlichkeit oder unsere Aufgabe oder ihre Aufgabe, in weiteren Sendungen sich darüber Gedanken zu machen, was das sagt, was da eigentlich gerade passiert. Ich glaube, man kann es nicht auf der Seite der Kunst abladen. Man muss dann schon selber in den Blick nehmen, was das Seismografische ist. Das nehme ich doch mal als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese angeregte Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war unser Forum Demokratie, diesmal zum Thema Pop. Die Wechselklänge zwischen Pop und Politik haben wir diskutiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.